Hallo, heute gibt es ein Infovideo von mir und zwar werde ich euch heute ein bisschen erzählen, was in der nächsten Zeit auf diesem Kanal und überhaupt passieren wird. Und zwar werde ich nächsten Monat, also im April, mit meiner besten Freundin, mit meiner Mutter und mit meiner Patentante nach New York fliegen für 10 Tage. Und mein Ziel ist es da, 10 Tage lang zu vloggen und Daily Vlogs rauszuhauen am Stück. Und ich wollte euch einfach da noch fragen, so habt ihr ein paar Ideen, ein paar Sachen, die ich angucken müsste oder Sachen, wie ich zum Beispiel etwas darstellen könnte, zum Beispiel Sichtweisen oder so, weil ich meine zum Beispiel kann man vom Boden filmen, man kann über dem Kopf was halten, man kann mit Drohnen nehmen, man kann mit GoPro, was ever. Sagt mir einfach alle eure Ideen mal in den Kommentaren, weil dann kann ich vielleicht eine oder zwei davon umsetzen. Oder wenn ihr sogar mal in New York wart, zum Beispiel irgendwelche Ideen habt, so Anna, du musst dir das unbedingt angucken, das ist richtig cool und ich möchte auch, dass das ganz viele Menschen von YouTube sehen, dann schreibt mir das auch in den Kommentaren, weil ich habe da wirklich Zeit, 10 Tage, ich meine so, was mache ich denn da 10 Tage lang, ich meine so weit, dass ich dann alle 10 Tage shoppen gehen könnte, reicht das Geld wahrscheinlich nicht. Dann kommt dazu, dass am 25. April, ja, haben wir am Nachmittag von 3 bis 6 Uhr ein YouTuber-Treffen, so ein Abonnenten-Zuschauer-Treffen in Bern, bei der Großen Schanze, also Bern ist ja die Hauptstadt der Schweiz, wer kommen möchte, kann kommen. Ich verlinke mal alle YouTuber, die kommen, unten hin und ja, das ist so ein Schweizer YouTuber-Treffen, von dem her, joa, wir würden uns alle mega freuen, wenn ein paar von euch kommen, weil sonst sieht das ein bisschen komisch aus, wenn da so YouTuber stehen und keiner ist sonst da. Dann weiter am 2., 1. und 2. Mai, glaube ich, sind ja die Videodays in Berlin und da werde ich auch sein, zwar mit Lara und Little Manuli, Weekly Girly Guide, Joel und ja, noch 2 anderen Menschleins. Und ja, das werdet ihr dann alle auch auf diesem Kanal sehen, weil ich werde alles vloggen und hier hochladen und oh, mein Kanal wird ein Vlogging-Kanal, ich sehe es schon kommen. Aber ich probiere alles so schön und interessant zu gestalten wie möglich, dass es auch nicht langweilig ist für euch. Und eben, wenn ihr Ideen oder Sachen habt, zum Beispiel, öh, Anna, ähm, keine Ahnung, kommt zum pfff, XXL-Tuber-Day, dann schreibt mir das in die Kommentare, wenn ein paar das möchten, weil ich selber denke so, das wäre bestimmt cool, aber da muss ich bei der Arbeit frei eingeben, ich muss ein Hotel buchen, das alles, das braucht ein bisschen Planung und so. Und wenn dann halt paar so, äh, paar, paar Personen sagen, dass sie mich sehen möchten, dann denke ich so, jo, komm, machen wir doch das mal. Und auch sonst würde ich mich natürlich mega freuen über Feedback und Sachen, die ich vielleicht besser machen könnte. Und, jo. Ach ja, und am Video-Day in Köln werde ich auch dabei sein. Mit der lieben Lara, weil Lara ist cool. Und, ja, ich freue mich schon, alle euch zu knuddeln. Alle euch zu knuddeln. Ich freue mich schon, euch alle zu knuddeln. Und, ja, das war jetzt so drei Minuten Info-Durchballer-Video. Tschüss! Liebe Grüße an alle, bye! Ciao!